446 Paul Breitkamp ist ein dritter Stahl im Moment und vorne im ersten zweiten Platz gibt's Ding her die Lena ist nur im Moment vorne die Lena hat sich ein bisschen am Vorsprung ausgeholt dann kommen die 837 Michael Niklas So, schauen wir vorne scheint's gelaufen für die Lena Michael ist auch ich schau auf die Position 3 und 4 Position 3 hat im Moment die 855 inne und das bleibt